Es verfehlen nur wieder alles. Ja, bin ich wieder. Hi Kathos, wie geht's dir so? Ha! Okay, also Flash. Hand her, hand her. Da bin ich auch nicht. Okay, erst Flash. Flash raus. Lass, weg! Weg! Aber wer gewinnt schon ziemlich hard hop lane. Das ist schon krass. Oh, willst du es riskieren? Mach dein Schild und es reicht nicht. Okay, schön. Ich bin tot. Er hat keine Mana mehr. Finde ich gut. Warum kannst du da lang? Ähm, weil ich nicht wusste, wo du bist. Okay, ist weg. Ist egal, ich achte mal nicht. Wir können rauf. Okay, Flash ist raus, pass. Hier ist ein Lee Sin. Boah, Kathos OBD. Ich hab ein Special gehabt. Ist kein Ding. Hilfst du mir? Ja, bin da. Er kommt doch gerade dagegen. Ist nett von ihm, oder? Super nett. Finde ich gut. Könnt ihr mal bitte auf euch aufhören zu flashen? Das finde ich überhaupt nicht nett. Der Flash war auch nicht. Hm. Ja, Kathos holt wieder auf ein bisschen. Na gut. Das flammt ja die Sin. Schön. Ach, 7-0-Mogala ist okay, würd ich sagen. Kann ich nicht. Aber warum ist die ganze Zeit Botlane? Das nervt mich so. Ja, was denn ist drinne? Warum mach ich nen Schaden? Hat doch schon keinen einzigen Kid, ich glaub's ja. Schöne Schild übrigens. Oh Mann. Nein! Nein! Vorsicht, renn noch! Bin eh gestorben. Kathos Ulti. Wird ja nichts. Ja! 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 Stirb! Stirb, Tarek! Yes! Das! Sch 70,